Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von KICK. 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 Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.